Zack. Achso, das ist ein Helm. Dann können wir den hier lassen. Den brauchen wir jetzt nicht. Lava hätten wir hier ein bisschen. Hier sind überall Leute. Das ist auch cool. Hier ist nichts drin. Oh, hier sind auch Felder. Was ist das denn? Was machst du denn da drin? Oh, das Schweinefleisch gegen Smaragd. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die Smaragde denn überhaupt sind. Werden wir mal gucken. Was haben wir hier? Weiße Wolle gegen Smaragd oder Schere? Oh, Smaragd gegen Schere ist auch gut. Fäden oder Kohle gegen Smaragd? Weizen gegen Smaragd? Oder Kartoffeln gegen Smaragd? Weizen. Kartoffeln. Oh, jetzt habe ich es wieder weggeschmissen. So. Was hat der denn noch dabei? Fäden gegen Smaragd? Und die Fäden kriege ich doch von von Spinnen, ne? Wolle gegen... Ah, okay. Also so tolles verkaufen wir jetzt hier nicht, muss ich sagen. Leder gegen Smaragd. Lederhose bekomme ich. Was haben wir hier? Hier ist eine tote Hose. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts drin. Toll. Aber hier sind auch Felder. Oh, und hier sind auch noch Leute. Was hast du denn? Wolle gegen Smaragd oder Smaragd gegen Schere? Die haben auch nichts Fertiges gerade hier, ne? Ne. Doch, da. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Da ist natürlich auch Weizen fertig, aber... Oh, warte mal. Der will Fisch und Dings gegen gebratenen Kabeljau. Oder was war das? Kabeljau. Rohr, Kabeljau. Dann kann ich auch nicht noch selber haben. Was ist das denn? Was haben die hier gebaut? Das ist ja auch wieder Käse. Hier ist nichts. Da oben geht nur eine Treppe hin. Leitern können wir übrigens auch mal gebrauchen. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier haben wir ein Meer. Aber ich suche eigentlich kein Meer, sondern ich suche Höhlen. Da gehen wir mal hin. Wir brauchen dringend Eisen. Weil wir haben jetzt zwar Gold bekommen, aber damit können wir nicht viel anfangen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Das wäre natürlich schön. Okay. Hier haben wir nichts. Toll. Das war es dann. Egal, aber wir haben wenigstens schon mal 15 Karotten. Das ist ja auch schon mal cool. Da hinten haben wir eine Insel. Da hinten ist Lava. Was haben wir hier? Nichts. Oh, da möchte ich auch nochmal eben kurz gucken, was da ist. Da ist ein Turm, der ragt einfach aus dem Boden raus. Sandstein würde ich auch gerne gleich mitnehmen. Oh. Kies. Yes. Kies brauchen wir auch. Kies haben wir 5. Kies wollen wir auch ins Deck mitnehmen. Ah ja, Feuerstein kriegt man ja auch da raus für das Feuerzeug. Aber ich bin ja schon mal froh, dass wir Kies gefunden haben. Ähm, warte mal. Die Karotten tue ich jetzt erstmal weg und das Holz auch. Und dann kann ich mir auch direkt mal hier Sandstein mitnehmen. Das haben wir ja auch noch hier. Dann können wir nämlich auch direkt den Kies freilegen. Oh oh. Ich glaube, das hat sich dann erledigt mit der Höhle. Ich bin dann so ein Trottel. Wenn es überhaupt eine Höhle war. Boah, ich muss gucken, dass nichts über mir ist. Nicht, dass ich mal irgendwann was abkriege. Das wäre natürlich nicht so nice. Ja, das hat sich dann auch erledigt. Den nehmen wir noch mit. Dann nehmen wir hier den Sandstein von dem Boden weg. So. Oh, da ist Kohle. Dann gucken wir gleich mal, was dahinter ist. Oh ja, wir nehmen jetzt aber auch erstmal die Kohle mit. Kohle ist natürlich auch wichtig für uns. Erstmal für den Anfang. Eigentlich darf man das nicht. Ich weiß, ich habe jetzt unter mir den Stein weggenommen. Hier müssen wir gucken, dass kein Sand drauf liegt. So, dann nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Mann, wir brauchen dringend Eisen. Es wird immer knapper, was wir haben. So. Dann nehmen wir hier den Sandstein noch mit. Da haben wir auch jetzt gleich 64 zusammen. Finde ich gut. Nehmen wir hier noch alles mit, was wir kriegen können an Sandstein. So, dass wir unsere 64 zusammen bekommen. Damit wir die Kisten bald einsortieren können. Aber gibt es nicht noch ein verschiedenes Sandstein-Art? Müssen wir dann gucken. Ich weiß das gerade selber gar nicht. 64. So, 65. Jetzt nehmen wir noch uns den Kies mit. Den haben wir uns ja regtlich verdient. So. Gucken, dass wir auch einen Stack voll kriegen. So, so. Nehmen wir uns den auch noch mit. Wie viel haben wir? 40, 41 haben wir schon mal. 52. 52. Okay. Dann nehmen wir den noch mit. So, jetzt noch vier Stück. Haben wir. Und jetzt wollen wir ja mal gucken, was da oben ist. Wir haben das jetzt zugeschüttet. Weil wir so blöd sind. Oder weil ich so blöd bin, eher gesagt. Oh, oh, oh. Hier geht es ein bisschen weiter rein. Vielleicht haben wir hier Glück. Toll. Hier ist nichts. Dann nehmen wir die Fackel wieder mit. Das wäre sonst Verschwendung, finde ich. Was haben wir hier noch? Pilze. Sandstein. Aber nichts Besonderes. Okay. Mann, wo kriegen wir jetzt Eisen her? Ja. Ich überlege auch, den Zuckerrohr schon mal mitzunehmen. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, den Zuckerrohr nehmen wir auch schon sofort mit. So, weil jetzt sind wir einmal hier. Da ist unser Haus. Das ist schön. Wir sind also noch gut in der Nähe. Da oben ist Kohle. Mann, ich muss gucken, wie ich diese Ranzoom-Funktion eigentlich bekomme. Damit wir das auch mal... Damit ihr das auch mal alles sehen könnt. Von weiter weg. Auf jeden Fall habe ich da Kohle gesehen. Oh, da ist noch mehr Kohle. Aber... Wir haben noch keine Höhle, wo wir wirklich Eisen finden. So, dann nehmen wir uns natürlich die ganze Kohle, die wir hier haben, nehmen wir uns jetzt mit. So, so, so. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel wir schon haben, ne? So. Ja, da oben. Ach, da ist auch noch. Da ist noch. Aber das ist viel zu weit weg. Aber wir holen uns natürlich hier wieder uns das... Ja. Teure Zeug. Was wir am Anfang immer gebrauchen können. Weil wir auch bald mit Monster spielen wollen. Aber hier ist keine Höhle. Scheiße. Und dann eben... Ja, wir haben nicht mehr so viel Spitzhacke. Und ich will jetzt nicht da oben gerne dran, weil... Ja. Dann haben wir keine Spitzhacke mehr. Und... Ja, wir haben nix mehr. Jetzt wird es schon wieder dunkel und wir haben nix erreicht, wirklich. Wir gehen aber schon mal so langsam wieder Richtung zurück. Hier sind Schweine. Ist auch cool. Habe ich auch selten hier gesehen. Jetzt gehen wir schon mal so langsam zurück Richtung Haus. Da hinten ist Dschungel. Aber das hilft uns ja auch nicht weiter, wenn wir... Ja, wenn wir Dings brauchen. Kohle. Oh, da ist ein Ei. Kann ich hier gleich mal drücken. Oh, da ist Lava. Aber das heißt ja nie was. Ne. Das bringt uns nicht weiter. Aber wir haben hier schon mal Lava auf jeden Fall. Direkt neben Wasser. Was haben wir hier? Da hinten muss auch noch mal Lava sein. Und da sieht noch mal sehr interessant aus. Wir brauchen nur dringend eine Landkarte. Was braucht man denn noch mal für eine Landkarte? Einen Kompass? Wie baue ich noch mal einen Kompass? Ja, das sind so Sachen, die weiß ich nicht mehr. Da sind Tintenfische. Jetzt gehen wir schon mal Richtung zurück. Und wir haben nichts erreicht. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir noch mal los. Weil ich möchte jetzt gerne endlich mal was finden. Oder bauen wir uns schon mal Schilder und machen zumindest schon mal die Sandkiste fertig. Ich glaube, das können wir eigentlich mal machen, ne? So. Und dann würde ich mal gerne in die Richtung. Wieso haben wir denn... Genau, wir haben eine Fackel auf den Pilz gesetzt, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ich will mich nur nicht fuieren, ey. So, dann schlafen wir und dann gucken wir mal. Glas dürfte jetzt auch fertig geschmolzen sein. Richtig. Dann tun wir die noch zurück. Hier tun wir den Ofen erstmal rein. Die Kohle nehmen wir gleich mit. Auch, wir haben immer noch Kohle. Dann können wir die zwei Öfen schon mal von uns füllen. Dann tun wir das schon mal hier rein. Die Bäume. Das Essen. Die Erde. Sand. Bruchstein. Kies. Kohle. Ja, Kohle nehmen wir ja mit. Sand. Sandstein. Das können wir erstmal hier reintun. Und dann würde ich sagen... Ne, warte mal. Dann brauchen wir ja... Die brauchen wir. Und dann brauchen wir Bretter. Die kriegen wir hier raus. So. Dann machen wir schon mal uns... Äh, warte. Wir brauchen... Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf Schilder. Schau mal. Äh, reicht aber nicht. Wir können nur vier machen. Äh, äh, äh. Wenn überhaupt. Können wir, glaube ich, auch noch nicht mal... Ach doch. Es gibt ja immer mehr. Stimmt. Dann brauchen wir eigentlich noch eine Spitzhacke. Die machen wir uns jetzt auch mal eben schnell. Die müssen wir nämlich gleich mitnehmen. Erfolg jetzt. Wie technischer Fortschritt. Ja, aber wir haben doch schon... Ach. Ich weiß es nicht. So. Dann können wir natürlich erstmal das Holz hier reinpacken. Die Schilder nehmen wir mit. Die brauchen wir jetzt gleich. Und so. Wir kommen ja bei uns jetzt hier rein. Ja. Und ich hab ein Brett vorm Kopf. Wir kommen hier rein. Und dann würde ich gerne... Ja. Sand und so werden wir mehr kriegen. Ich weiß nicht, ob ich die obere Kiste immer für alles dann lasse. Ich will ja auch irgendwann nochmal einen Keller hier reinbauen. Aber wie machen wir das denn jetzt? Warte mal. So. Hier müssen wir... Einen tiefer. Und hier kommt... Erde. Erde. Ist ja mit das Wichtigste, was wir überhaupt sammeln. Entschuldigung. Erde. Oh. Jetzt weiß ich nicht... Bruchstein. War das, glaube ich. Dann haben wir... Sand. Sind das so die häufigsten Sachen? Ich glaube, ja, ne? Fertig. Dann können wir schon mal hier den Bruchstein reintun. Dann haben wir hier den Sand. Ähm. Jetzt die Frage, wie mache ich weiter? Warte mal. Ich mache jetzt hier... ...den... ...Sand... ...Stein. Machen wir hier rein. Sandstein. Dann machen wir hier. Kies. Dann tun wir hier schon mal den Kies rein. Granit haben wir hier. Kies werden wir wahrscheinlich nie so viel haben. Granit. Ja, komm. Granit. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Ich gucke jetzt gleich mal. Warte mal. Granit. Ja. So, kommt wieder Granit rein. So, dann haben wir unsere zwei Kohle. Die kommen schon mal in den vorderen Ofen hier rein. Äh. Hallo? Ach so. Da muss die rein. So. Ja, jetzt haben wir noch Glas. Aber wir haben schon mal die ersten Schilder... ...die Kisten bekistet. Beschildert. Haben wir noch mal... Ne, wir haben keine Schilder mehr. Wir haben jetzt alle verballert, ne? Okay. Ja, dann... ...tue ich das jetzt erstmal wieder zurück. Das Glas. Da dürfte jetzt keins mehr drin sein. Ne, der Ofen ist leer. Dann kommt das Glas zurück. Dann machen wir den jetzt auch hier weg. Dann machen wir die Werkbank hier weg. Weil das brauchen wir jetzt hier alles momentan nicht. So. Und wir gehen jetzt nochmal kurz auf eine kleine Wanderschaft. Und ich würde jetzt gerne mal hier rüber gehen. Da hinten waren wir ja schon mal. Da hatten wir ja nichts gefunden. Außer Kohle. Und wir würden jetzt sagen, wir gehen mal jetzt... Ah, guck mal da. Wir gehen jetzt mal dahin. War nicht geplant, aber wir gehen jetzt mal dahin. Das habe ich jetzt einfach mal gerade aus Zufall gesehen. Da ist auch wieder Kies. Das können wir uns auch wieder mitnehmen. Ich möchte gerne alles. Einfach alles mitnehmen. Alles, was so hier rumsteht. Was so viel ist, nehme ich gerne mit. Weil so können wir unsere Kisten füllen. So, wie tief geht das denn? Okay, das wäre jetzt Ende. Ja, so. Ich baue mir mal eine Treppe hier raus. Und dann nehmen wir erstmal das Innenleben hier raus. Na. Ja, das hatte sich dann schon erledigt mit dem Innenleben. Oder auch nicht. Ähm. Und wir nehmen jetzt das erstmal mit, was wir hier haben. Und das nehme ich auch gerne mit. Jetzt buddeln wir uns ein bisschen tiefer und gucken mal. Okay. Ja. Dann können wir auch alles mitnehmen. Was war... Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt. Ich glaube, den Rest Kies lassen wir einfach da, wo er ist. So. Weil ich möchte jetzt wissen, was hier abgeht. Äh, Fackeln haben wir noch ein paar mit. Oh.